Hey meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid und eingeschaltet habt. Wir spielen eine Runde Mario Party mit A4B4, Thomas und LufiLoo. Und wenn ihr mitspielen wollt, schreibt es gerne in den Kommentaren. Dann spielen wir vielleicht auch den nächsten. So, es geht los in einen Sekunde. Ich bin Marius. So, wo sind wir denn hier? Ja, okay. Volllobby. Ah, komm, guck. Sechs, sechs. Sehr gut. Zwei. Sehr gut. Fünf. Oi, Baku. Hi. Oh, es haben sehr viele sechs. Okay. Wir brauchen die Zahl. Wie geht das? Ähm, was war das? Achso. Das hier schon wieder. LufiLoo, du musst halt die Leute hauen, dann bekommen die einfach eine Prozentzahl und dann fliegen die einfach richtig weit weg. Das müsst ihr vielleicht kennen. Ah, jetzt. Ja, die fliegen dann runter, du kannst die dann runterschubsen. Aber die Glasdinger gehen auch kaputt mit TNT oder sowas. Ich bin runtergefallen. Oh, Mist. Nein, ich bin tot. Du hast getötet. Hä, sie haben uns gegenseitig getötet. Okay. Ja, ich bin wieder oben. Cool. Ich auch. Er ist ja voll das blöde Spiel. Ja, er ist unten. Der ist doch voll cool. Schwul, nein. Dann bist du schwul. Nein, TNT, TNT, TNT. Wer war das? TNT. Nein, ich bin unten. Ich bin kein YouTuber oder so. Du musst auf der rechten Seite gucken, welchen Platz du bist. Noch bin ich auf dem dritten. Nein, ich habe einen Superschlag gehabt. Superschlag, Schatz. Ja, wir müssen kommen, wir müssen kommen. Baku, ich bin hinter dir. Ja, da ist jemand vor mir. Nein, wer war das denn? Ich. Okay, ja, steht da. Getötet. Nein, jetzt habe ich Selbstmord gemacht. Ah ja. So. Ja, was hat das Würfel vorhin gebracht? Äh, keine Ahnung. Das ist so wie, äh, ähm, Mensch, ärgere dich nicht, ne? So, welche Felder. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ich habe das noch nie gespielt. Doppelsprung. Nein, nein, das ist wirklich so. So wie, Mensch, ärgere dich nicht. Man muss eine Zahl würfeln, man kommt Felder vor. Und dann, es gibt's, wie viel, 30 Felder oder sowas. Wenn man durch ist, hat man gewonnen. Oder 60 Felder. Irgendwie sowas. Und bei jedem, bei jeder Runde gibt's ein Spiel, wo man nochmal Punkte ergattern kann oder so. Es gibt's auch so, ähm, ein Spiel, äh, wenn, wenn du auf ein Feld drauf kommst, man muss drei Felder zurückgehen. Irgendwie sowas. Du meinst dieses Ampel, dieses Ampel, äh, Spiel. Ey, das ist voll blöd. Nicht das. Nein, nein, das nicht. Was anderes, wenn du auf ein besonderes Feld drauf kommst. Sechs habe ich schon wieder. Fünf. Vier. Ja, was bringt das Würfel? Ich schätze. Fels. Ja, 53 Felder gibt's. Guck, und wenn du halt diese zwei Würfel bekommst, dann hast du dann die Felder Höhe. Oh, Black Nina ist sie. Noch jemand. Ah, sechster. Sechster. Drei Leute sind schon hier. Ich hab zweimal sechs schon gewürfelt. Wie geht das jetzt? Was ist das? Das kenn ich gar nicht. Was ist das? Ah, ich kenn das, glaub ich, vielleicht. Was ist das? Weiß ich nicht. Wir müssen gerade gucken. Minengefecht. Oh. Wir bekommen gleich Sachen, wir müssen spawnen. Ja. Los geht's. Wie geht das? Du musst diese Ärzte ab und dann kriegst du Sachen. Achso. Probier ich schon. Spieler werden kurzsichtig sichtbar. Ich bin tot. Ähm. TNT. Oh, oh, oh. TNT. Oh, oh. Nein. Oh, heftig. Alter, das macht voll Spaß. Du musst richtig lange draufhauen. Du hast einen Spitzackel. Oh, ja, ja, stimmt. Oh, ja, siehst du das? Ich habe auch einen Spitzackel gehabt. Achso, TNT wird sofort aktiviert. Ja. Ah, TNT bekommt man. Wer ist die bei Baku? Weiß nicht. It's me, Mario. Wer ist das? Ich bin ein Spitz, glaube ich. Spitz. Ein Spitz. Ein Spitz. Oh, oh. Schnell weg hier. Oh, ich kann fliegen. Schnell weg hier. Oh, das ist doch richtig geil. Was? Machen wir Slash Game Mod 1. Warum? Man kann fliegen. Nein, ah, ich bin tot. Ich habe mich selber zerstört. Wer hat mich denn zerstört? Spieler. Oh. Siebter bin ich. Ja, ich bin letzter. Ja, weil ihr zuerst rausgeflogen seid. Oh, man sieht die ganzen Spieler. Guck mal. Ja. Oh, sind das viele. Jörg, schaut euch das an. Ja, so weiß, ne? Und darum schwarz. Ja. Oh, das hat viel Spaß gemacht, das Spiel. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Aber das davor nicht. Und du sagst eher so, das ist scheiße. Ja, das war ja scheiße. Das davor war ja scheiße. Okay, Runde ist vorbei. Zeit ist abgelaufen. Ich bin jetzt schon von Spitz haben, aber egal. Ah, ich bin Platz 8. Du hast Alzheimer. Okay, gut. Ich würfel jetzt eine 6. Würfeln. 5 habe ich. 5. 2. Wunderschön. Nein, ich kriege die Glow. Schön. Jemand ist hier, oder doch? Ne? 17. Wo sehe ich, welche Felder sind die anderen? Wenn du draufklickst. Du bist Platz 3 und ich bin Platz 7. Ich bin Platz 3, das ist schön. Oh nein. Wo sieht man das überhaupt? Oh, das ist geil. Wo sieht man das? Du hast jetzt einen Bogen in der Hand und du möchtest dich so ein bisschen abschießen. Die Glow. Das kann ich gar nicht. Optifine. Oh nein, habe ich ja gar nicht hier. Ach so, ich habe die Spiele abgelaufen. Ja, ich habe einen. Ja, noch einen. Was hat man denn auf den Bogen drauf geschümmt? Nichts Gutes. Nichts Gutes. Noch einen. Ich kann noch nie einen Bogen spielen. Noch einen. Noch einen. Ja. Wie viele Punkte habe ich auf den 11. Platz? 11. Ah, schade. Ich bin 5 da gewesen. Das ist sehr gut. Aber da drin bin ich nicht so gut im Bogen. 4. 4. 6. 4. Ich habe 9. Wo bin ich gerade? Wo sieht man das denn eigentlich? Gleich in der Mitte ist so eine Uhr. Da kannst du gucken, du bist Platz. Du bist Platz 4. Ich bin Platz 7. Immer noch. Hä? Ne, ich bin auf Platz 4. Zwei Leute sind auf Platz 4. Das ist geil. Das musst du dir machen. Ich muss halt drin. Ja, genau. Wie Mario. Mario Kart. Camille. Mario. Nein, ich bin hier drin. Ich bin noch dran gefallen. Nein. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Hellull. Das geht gar nicht. Hä? Bin ich runtergefallen. Hellull. Mist. So. Ja, ja. Ich bin weiter. Ja, wunderschön. Ja, geil. Hammer. Ja. Ja. Was ist das Ziel oder was? 18. Na Mist. Ich bin da in dem Netz drin. Ah, so ein Scheiß, Mann. Scheiß Wolkenheim. Ah, Mann. 18. Alter, Mann. 18. 18. Was ist das denn? Das geht doch gar nicht. Ich bin 19. Ich hab's ja geschafft. Es ist mir. Mario. Hier. Eins. Drei hab ich. Zwei. Mach mal Wolkenhörig aus. So. Hallo. 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 24 Felder. Hi. Wir sind beide. Wir sind beide. Ah, ich bin mit Platz 6 jetzt. Ich bin auf die Luft und Gleichstand. Das muss jetzt vor ihnen sein. Wie ist das denn? Was ist das? Ah, wir müssen jetzt glaube ich gleich Sachen anklicken. Ja, die meisten halt Farbenschlacht halt. Genau, Farbenschlacht. Ich glaube. Man kann auch die anderen das wegnehmen, wisst ihr? Ja. Geht das gleich los? Es geht schon los. Achso. Nein. Du musst mit dem Schlag wegnehmen. Rechts, rechts. Ja, ist da aber nichts. Doch, du bist so Schneebälle. Schneebälle werfen. Ich kann ihn nicht abwerfen. Ja, nicht abwerfen. Du musst den Häuser abwerfen. Häuser, Gegenstände. Blöcke. Jetzt sagst du doch gleich. Dann willst du weiß, oder? Welchen Platz bin ich denn jetzt? 20. Ja, was bringt es das? Ich bekomme ja nichts. Du bekommst Punkte halt dann. Und die werden die meisten halt halten dann. Du musst einfach irgendwas abwerfen oder was. Ja. 16. Ich hab gar nicht. Ah, Rekord. 13. Ja, das ist ja okay. Hey lol, ich hab 0. Lufi, du bist auf dem 14. 17. 17. Alter geworden. Ah, hallo. Lufi, du bist auf dem 3. Ja, was? Okay. Fünf. Fünf. Ja. Fünf. Ich bin so viel los, als du greifst. So, 29 Felder haben wir. Lord. Welcher Felder bin ich? Warte. Spielt. Wieso bin ich jetzt Zehnter? Fünfter bin ich jetzt. Scheiße. Das kann ich gar nicht. Andere haben dich bestimmt überholt. Ja, Jumping. Wie geht das denn? Ich muss vom Block zu Block springen. Ich muss jumpen, naja. Scheiße. Ah, schon noch war nur das Fallen. Ich auch. Ich auch. Block zu Block? Wie denn? Ja, indem du sprintest und so. Kann ich gar nicht. Wie soll ich denn da hochkommen? Da komm ich gar nicht hoch. Boah, ich bin richtig gut. Okay, ich bin mir nicht selber. Hey, ich komm nicht mal auf den zweiten Feld. Hey, wo muss ich jetzt hin? Das ist ich selber nicht. Hey, lol. Ah, hier. Nee, ich falle mal wieder runter. Ja, schon wieder. Nicht, nicht für jedermann, die spielt. Nee. Hey, komm hier nicht weiter. Du musst auf den Baum hoch. Ja, wo? Ah, Mann. Wenn du dann auf den Baum und dann gibt es noch mehr Blöcke danach. Ah. Ach so, da. Ey, ich komm da gar nicht hoch. Was ist das denn? Ha! Ja. Oh. Geschafft. Oh. Erstmal hoch da. Wo muss ich denn lang? Oh, ich hab wieder Probleme. Es sprintet nicht. Äh, wo langt da lang? Und jetzt? Noch höher. Hey, lol. Ja, wo muss ich denn lang hier? Äh, oh. Hier muss ich weiter. Nee, da geh ich wieder zurück. Seid ihr schon beim Slime? Ah, jetzt. Ich war schon beim Slime drüber, ich bin vierzehnter. Ah, ich bin neunzehnter. Siebzehnter. Das war sehr gut. Das Slime ist nicht gegangen. Ticks. Vier hab ich, ja. Haha, ich bin weiter. Ja, vier. So. Keiner mag nicht. Ich check zwar immer noch nicht, was das Würfeln trinkt. Oh, was? Ja, da steht ja rechts Felder und du musst halt, die drei, fünf, die Felder, nur kommt, dass du erster an siehst. Wo bin ich denn jetzt? Oh. Wenn du erster, ich bin vierter. Ich bin vierter. Geil. Ja. Ja. Wie geht das? Wie geht das? Was denn? Wie geht das? Ah, springen. Guck mal, über dir. Über dir. Da musst du hoch. Das hab ich im Video gesehen. Ja, bei German Let's Player. Hab ich es gesehen? Ja, von Feld zu Feld oder was? Ja. Achso. Nein! Hey, das wäre richtig schwer. Nein! Ah, Mann. Ey, ich verkackle, ich bin immer noch am Anfang. Ich bin auch am Anfang. Äh, die beiden haben es schon geschafft. Ja. Hier ist es zu gut für das. Ah, ist schon vorbei, ey. Nein. Ah. Schnell war ich. Zwölfter. Ja, muss man schnell sein. Ich bin auch zwölfter. Ich bin vierzehn. Ja, wir haben hier Profis drin. Es sind überall Profis. Drei. Hier. Ah, hi. Hi, wer, wo? Hallo, hallo, hallo. Wie geht das? Vierter bin ich noch. Ende. Ne? Spiel hat gewonnen. Oh. Aber ich bin vierter. Wie viel seid ihr denn? 35. Achter. Ich bin achter. Ja, wo sieht man das? Okay, ich bin vierter. An der Seite, Rex. Wo steht Mario Party? Also fünfter. Was? Ich bin fünfter. Ich bin achter. War ja richtig schlecht. So, das war's von dieser Folge, meine Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.